Musik So, wieder ein neuer Tag, das Osterwochenende steht vor der Tür Und wir werden heute bereits das zweite Mal den Hansapark besuchen Ja, wir stehen wieder hier vor dem Eingang Ja, und dann nehmen wir euch in unser Osterwochenende gerne mit Hansapark Teil 2 Damit geht's los mit dem Vlog So, jetzt geht's auf und es wurde es gerne Und dann geht's los mit dem Eingang Und dann geht's los mit dem Eingang So, der Spur des Gämmers, der ist tatsächlich jetzt geschafft Wieder mal ein tolles Osterwochen, aber es ist echt eisig heute Und dann geht's los mit dem Eingang 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, der zweite Tag im Hansapark geht für uns jetzt zu Ende Ja, es war ein schöner Tag Die Sonne ist tatsächlich auch nochmal durchgekommen Und hat so ein bisschen, ja, ein bisschen erwärmt Und zumindest auf der Haut, wenn die Sonne eben mal draufgescheint hat Ansonsten war es echt frisch Heute Morgen ein bisschen Nebel Alles war ja so ein bisschen im Dunst Der Highlander und auch der Kenan-Turm ist tatsächlich Nebeljahr gewesen Ja, ein schöner Tag heute War auch zum Glück nicht ganz so voll Ja, ein schöner Tag! Ja, ein schöner Tag! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ostermontag, schönes Wetter ab am Strand. Wir haben Besuch aus Köln tatsächlich erhalten und ja, zeigt man dir natürlich auch unsere Köln-Geräusche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.